Digga, guck mal Engel, du kommst mir so an, du hast gesagt, ey Engel, 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 du sollst verspielen, ey Engel, wenn du jetzt das machst, ich hatte es heute Sonntag und du hast gesagt, hör mir zu, Engel, hör mir zu, bei Gott, hör mir zu, ohne Scheiß jetzt, ich wollte gestern zu dem Hundeladen gehen, gestern war Samstag, Freitag war das, ja, du hast gesagt, mach das nicht, geh dein Kind von der Schule abholen, du hast das gehört, ob ich jetzt in einen anderen Laden reingehe, guck mal, ob ich jetzt in einen anderen Laden reingehe, Engel, einen anderen Laden, okay? Nein, Hunderladen, nein, Hunderladen, es gibt kein Hunderladen am Sonntag, Engel, Engel, machst du das nicht, ich spiel das nicht wieder mit dir, ich sag doch, ich geh doch raus, ich nimm einen Stock in den Mund, ich bleibe 30 Sekunden, ey, guck mal Engel, machst du jetzt so mit mir, wie der Barello, Nein, Bro, nein, komm mal, strafe, ich strafe, du hast einen Hunderladen, guck mal, du hast gesagt, Engel, ich schwöre dir, bei meinem Sohn sein Leben, ich spiele nie wieder mit dir, ich gehe in eine Trankstelle rein, mit alle 34 Sekunden, ich mach die Hunderladen, Nein, die Tantelle kennst du, nein, Hunderladen, nein, es gibt kein Hunderladen, und du hast gesagt, ich soll meinen Sohn, Ja, dann warte, bis Montag, dann mache ich auch meine Strafe am Montag, Engel, ich werde dich überall blockieren, ich mein's ernst, Juck mich, interessiert mich nicht, okay, mein Gott, immer sind bei dir die anderen schuld, immer sind bei dir die anderen schuld, Du hast gesagt, geh dein Kind von der Schule abholen, sei doch her, rede mit Thanos, rede mit Thanos, nein, Engel, rede mit Thanos, Thanos wird mir recht geben, Mein Sohn war in der Schule, ich trafe, ich trafe, egal, ob ich jetzt in einen anderen Laden reingehe, mit Schuh, okay, Engel, Salaam alaikum, auf Wiedersehen, für immer, wir machen gut, schau mal, Leute, schreiben uns die Zeit, Für immer, für immer, für immer, für immer, für immer, für immer, entweder kommt der jetzt wieder rein, weil ich gehe zum Laden, oder der Thanos wird mit dem reden, Alter, was ist das denn, Ich mach's ehrlich! Komm komm, ich mach' Ey, nächste Strafe, drei Runden, Verlierer macht Nutella, geht Polizeirettirate, sag Vater, ich bin ein Gesicht zwischen die aufhe withcelnieren, Mach erst deine Strafe, ich bin gleich in der Tankstelle, gar kein Problem, gar kein Problem! Nein, du machst' dich am Montag, ich will, dass du in ein Hüllendenladen gehst. Es gibt's kein Hüllendenladen amuku Poll наш? Montag, Montag zu fressen, hab's Montag. Und ich mach das jetzt mit der Tankstelle? Nein, ich will nicht, ich will, dass du das richtig machst. Okay, dann mach ich das jetzt nicht mit der Tankstelle, dann mach ich das am Montag. Ja. Okay, und warum bin ich jetzt rausgegangen? Weil du ein glaskäufiger Versager bist. Ich springe in den Fluss, du Hund. Ja, ich bin doch gleich da. Engel. Weißt du, was ich nicht verstehe? Weißt du, was ich nicht verstehe? Dass wir normal miteinander reden, weil wir haben ja normalerweise keine Probleme. Wir machen alle immer unsere Strafen. Ich hab ja mit dir gematcht an dem Tag, ja? So, und der Chuchu, den hab ich schon in der Schule vergessen. Den geb ich dir offen und ehrlich zu. So, du hast gesagt, hol deinen Sohn von der Schule ab. Scheiß drauf. Ehrenaktion von dir. Ehrenaktion, ne, Zug. Aber, ob das jetzt ein Hundeladen ist, ist für mich weniger peinlich als in der Tankstelle. Nein, den kennst du. Ich möchte, dass du Montag deine Strafe richtig machst. Soll ich in eine Dönerbude reingehen? Mit dem Stock. In der Dönerbude. Nein, möchte ich nicht. Ich möchte, dass du dein Montag deine Strafe machst. Okay, ich springe in den Fluss. Ja, gleich. Was ist die nächste Strafe? Nächste Strafe willst du ein Auto, aber geh erstmal in den Fluss rein, bitte. Weil wir vertrauen dir nicht. Hast du jemals gesehen, dass ich meine Strafe nicht mache? Nein, nein, aber weißt du, meine Leute, die sagen, Engel hat sich verändert, sie wollen das erstmal sehen. Ja, normalerweise müsste ich auch so machen, aber weißt du nicht so, Leute. Eigentlich bin ich direkt rausgegangen, ohne zu diskutieren für dich. Sofort. Ich bin direkt sofort auf die Straße, guck mal, ich renne sogar für dich. Sofort. Ja, ich mache immer meine Strafen, alle zu 100 Prozent, genauso wie du. Bei uns kam am öftesten die Polizei, wenn ich mit dir gematcht habe. Ich mache meine Strafe genauso wie du. Jedes Mal, wenn ich mit dir matche, kommen mindestens drei Streifenwagen. Ja. Ein Minister, was haben wir da? Es ist auch noch voll kalt, da haben wir da oben. Hier werden Messer gehen. Blocki, kann nicht, Fluss ist eingefroren. Ja, ja, ist klar. Ist klar, Engel. Ein Fluss friert auch. Okay, wir machen bei Engel so keine drei Minuten, wir machen nur eine Minute mit dem Fluss. Scheiß drauf. War es eine Minute? Ja, wir haben ja gesagt, normalerweise drei Minuten, wir machen nur eine Minute. Was laberst du einmal reinspringen, Hecht, habe ich gesagt. Nein, nein. Von der Zeit war keine Rede, was laberst du? Spring da rein jetzt. Von der Zeit war keine Rede. Okay, mach einen Hecht rein, spring rein. Spring rein, komplett mit Köpper aber. Dann sagt er doch, wir machen bei Engel so. Habe ich viermal gesagt, ich bleibe da länger. Wir haben gesagt, wir machen einen Hecht. Spring da rein, Köpper komplett. Ja. Hör doch auf zu beleidigen, du weißt doch, die Richtlinien. Ja. Ich dachte, der See ist nur fünf Minuten weg. Ich bin doch gleich da. Es sind noch drei Minuten gegangen. Schau mal, es ist schon der Fluss dazu. Ja, ja. Du bist sehr witzig. Du bist jetzt am Montag. Meine Leute werden langsam nervös. Ich bin doch da. Kammer gegen einen Glatzi zum ersten Mal drehen und nun verlieren wir. Warum unterschätzt ihr, weil ich bin kein großer TikToker, ich weiß das, ich bin ein kleiner Fisch, aber warum wird das immer so unterschätzt? Weil du normalerweise immer wieder verlierst. Ja. Und dann hat man auch mal Glück im Leben. Ja. Weil ich glaube, ich habe die meisten Strafen von ganz TikTok gemacht. Von allen TikToker. Ich bin ein kleiner Fisch. Sag nicht, du bist ein Glatzi Versager. Der Versager hat sich gerade platt gemacht. Dank Markus Mannheim. Hey. Und dann mit der Berg. Einmal im Jahr muss man auch Schlachten gewinnen, aber den Krieg gewinnst du niemals. Einmal im Jahr muss man, man kann nicht immer als Gewinner gehen. Ich bin wie FC Bayern. Vielleicht komplette Liga gewinnen, aber zwei, dreimal verlieren. Jalla, mach doch deine Strafe einfach und hör mir auf von Politik. Du bist Absteiger, wie Hannover und so, verstehst du? Ja, ja, und die Absteiger sind gerade aufgestiegen. Ja, ja, ja. Wir steigen auf und für eine Stunde wieder vergessen, ja? Jalla. Engel, was bedeuten bei dir drei Minuten zwanzig? Was? Was bedeuten bei dir drei Minuten zwanzig? Ich bin doch gleich da, Junge. Das sieht so aus, als würdest du ins andere Kontinent gehen. Soll das witzig sein? Du schaust aus wie ein Alien mit deinem Glatzi. Blondi schreibt, im Fluss gibt es kein Wasser mehr. Du sagst bestimmt gleich, der ist ausgetrocknet. Oh, jetzt ein bisschen wach. Vielleicht haben wir Glück, dass wir die Fluss verlieben sind. Ja, rein. Ja, da kann ich mir heute reingehen. Nächste Strafe? Sag schon mal. Also nächste Strafe, du bist ein Auto, also ein Autofahrer, du musst mindestens drei Autos anhalten, ja? Du wirst sagen, Entschuldigung, ich hatte mit meinem Freund Geschlechtsverkehr gehabt, der Kondom ist in meinem Göttge Platz, können Sie mich bitte ins Krankenhaus fahren? Und du steigst aber ein und du lässt dich echt Krankenhaus fahren. Du musst drei Autos anhalten, wenn dich drei Leute fahren, einer davon, wenn dich drei Leute nicht fahren, dann bist du... Nein, 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 einer muss nicht fahren. Es dauert zu lange, drei Leute richtig anhalten, du sollst schon mal, Entschuldigung, mein Hintern, ich hatte richtig... Ja, du gehst in den Autos und einer muss... Nein, nein, die Strafe wird erst... Digga, das kann sonst eine Stunde dauern, das muss weitergehen, drei Autofahrer anhalten auf der Straße, richtig die Show machen, jalla, eine Runde. Komm, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Ja, ich springe jetzt mal mit in den Fluss rein. Ja, bin da, schau. Wollah, ich mache jetzt. Gib dem Ding, helf mal ran. Nimm doch an, du glasköppige Huren. Okay. Wo ist der Fluss? Hier. Boah, schau mal, wie kalt das ist wirklich, schau mal. Okay, spring schnell rein, komm. Komm. Mach einen Seemannsköp ab. Ich muss doch den Weg... Hier. Warte. Arben, der Bär, haben wir einen Booster? Ja. Ja. Boah, schwer war alle. Schwer war alle. Schwer war alle. Okay, rein mit dir. Das ist, wenn die nur ausläuft. Wenn die nur ausläuft. Krass. Kameraperspektive. Ja, hier. Oder was? Ich gehöse denn hier. Ja, ja, ja. Rein da, komplett auch untertauchen, ja? Leute, sieben Rosen, aufpassen. Ich glaube, Arben, der Bär hat einen Booster anstehen. Ich bin mir aber nicht sicher. Komplett rein, komplett rein. Leute, alle zusammen. Wenn wir einen Booster haben, setzt den ein. Bitte alle zusammen jetzt, Leute. Alle zusammen. Endlich, Mann, Alter. Aber ich habe schon direkt gemerkt, wie der Geruch von dem weggeht. Er stinkt nicht mehr, so wie am Anfang. Leute, jetzt Vollgas, bitte. Alle zusammen, jetzt Vollgas. Wir sind 400 Menschen. Wenn wir jetzt alle Tutu Mikonu machen, Leute, können wir das alles machen. Können wir das alles schaffen, Leute? Genau so. Genau so, Leute. Weiter, 14 Sekunden, Arben, der Bär. Leute, noch 1, 2 Dinger. Wir sollten gucken, dass wir über 10K kommen bei Engel. Damit die nicht snipen können. Arben, der Bär. Jetzt. Aufpassen, Leute. Aufpassen, aufpassen. Die können das auf jeden Fall noch toppen, Leute. 8 Sekunden. Abend, der Bär. Ich küsse doch dein Herz, mein Bester. Ich küsse doch dein Herz. Herrlich. Liebe geht raus. Oh. Oh, alles von mir ist alles.